Hallo Leute, ich grüße euch aus der Wunderhöhle hier bei Kingdom Hearts Final Mix. Die haben wir nämlich im letzten Part betreten und hier geht's ganz schön zur Sache. Ich musste ja auch noch vorher in Agrabah gegen so einen komischen Spinnen-Urnen-Vieh kämpfen und dann sogar noch gegen den Tigerrachen, weil der auch gegen, ich meine, weil der von Finsten ist besessen. So stimmt's aber, von der Dunkelheit hat besessen, das haben wir jetzt wieder gerichtet und so. Und ja, jetzt bin ich heute wieder hier und kenne mich nicht unbedingt viel aus. Aber sehen wir, ja, da oben die eine zu, die wollte ich eigentlich auch haben, aber da komme ich, glaube ich, gar nicht hin. Auf welchen Fall sind wir drin auch ganz viele hinlose, herzlose. Und so haben wir schon wieder fast alle ihre MP verballert, weil sie doof sind. In der Hinsicht sind sie doof. So, aber die sind ja treten, aber ich habe gar nicht bemerkt am ersten Mal, womit sie denn da hin. Ah, zum Ort der Relikte, aha. Hm, bringt mir gar nichts, da bin ich ja nochmal hergekommen. Hier unten war ich nämlich schon einmal ganz kurz. Auch wenn ich leider nicht von hier zu leid in Ruhe springen kann, das geht ja nicht. Ich finde das irgendwie ziemlich blöd. Man kann sich nicht einmal da hochziehen, weil das einfach in dem Spiel nicht möglich ist. Tja. Ich muss jetzt, glaube ich, ganz woanders hin. Ich glaube, ich muss nochmal in diese Halle der Wasserspeier. Die Gegner werden jetzt mal brutal ignoriert. Ich habe keinen Bock auf euch. So, Halle der Wasserspeier. Und hier... Was ist denn da drüben war ich ja noch nicht. Das sind doch Stufen. Hm. Wo komme ich da eigentlich hin? Wo sie irgendwie hinkommen. Und ihr werdet mich nicht stören dabei, ihr Trottel! Diese blöden Schattenluch, ey. So, was haben wir da? Luzidsplitter. So, Alter. Nee, nee, nee. Lass mich in Ruhe. Ah, gelbes Triotech gefunkt wurde. Nein! Mando! Oh. Ach, hier unten kann man sperren. Super, ich bin extra noch zurück nach Agrabar. Ähm, dann nochmal zu sperren. Egal, das haben wir hier drin. Es ist... Eine... Was? Eine verlorene Seite? Ey, cool. Ich habe eine verlorene Seite gefunden. Und da oben ist auch eine Truhe. Die will ich auch haben, aber da komme ich auch nicht hin. Äh, das war jetzt gerade eine der verlorenen Seiten vom Buch vom 100 Morgenwald. Also vom Merlins Buch. Wo ja Winnie Pooh und seine Freunde drin sind. Ah, hier unten kann man sperren. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich nicht extra nach Agrabar zurück müssen. Aber egal. Kriege ich wenigstens die Truhe bitte? Oder geht sich das auch nicht aus? Ha! Ja. Hallo? Zora! Spring! Ja, es geht sich los. So, was ist hier drin? Es ist eine Hütte. Schon wieder. Okay. So, wo geht es hier wieder hoch? Äh, in die Halter der Speyer wieder. Okay. So, diesmal fallen wir gefälligst nicht hinunter, wo wir nicht hinwollen. Kapiert's, oder? Wurzbein's, oder? Na, wo ist hier? Um mal, wo ist hier drin? Wurzeln? Wo ist hier? Was ist hier drin? Den Schwabelfacken hier. Ja klar, spuck mir noch was ins Gesicht, im Asshole. Wie kommt denn da überhaupt drüber, verdammt? Da geht ja gar nicht. Da ist eine Treppe, die nichts ist. Das irgendwie stimmt, aber das nicht ganz. Wieso fahre ich denn hier ständig runter? Ja, Mann, oh. Geh doch mal kacken. Ja, aber bitte nicht jetzt hier. Das wäre eklig. So, komm, füllen wir nochmal alles auf. Ruhig bleib. Ruhig bleib. Ist doch alles okay soweit. Ich muss nur wissen, wo ich hin muss. Was ich aber nicht unbedingt weiß. Aber hier gab es doch, glaube ich, noch mehr Orte. Es sind nur das hier unten und dann das. Aber ja, Quatsch. Vor allem, Jafar muss mit Yasmin auch irgendwo hier drin sein. Ich weiß nicht nur, wo. Ich meine, das ist ja das fiese. Jafar hat ja die Lampe gemopst von Aladin. Also, bis jetzt gesagt, Diago hat sie gemopst und dann Jafar gegeben. Das heißt, Genie gehorcht mit Jafar. Und das ist überhaupt nicht gut, weil der ist sowieso so machtgierig, dieser verrückte Irre. Genau wie hier ist er noch. Irre. Aua. Na, danke schön. Ja. Übertroll mich noch. Spacken, wacken, kacken, wacken, facken, facken, irgendwas. So, komm, rollen wir hier weiter. Wow, wow. So, der Raum der Tiefe. Da drüben noch eine Trüte habe ich schon. Aber wie ist er auch in der Treppe? Wie komme ich denn da hin, verdammt? Kennt sich doch kein Schwein aus, wie man hier vorgehen muss. Ey, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. So, Moment mal. Wartet kurz. Kann man nicht bei dem, äh... Ja, genau. Jetzt geht es doch mal durch mit mir! Hä? Das wird's geil. Der ist auf einmal voll Platz geworden. Wie hat denn das denn gemacht? Vor allem wer hat das gemacht? Donald? Oh, oder Bufi? Hey, und zwar bin ich am Überlegen, ob man nicht ähnlich... Ja, genau. Ich glaube... Oh, Vorsicht, vor der Kugel! Dass man hier nicht einfach auf dieses Ding hier springen kann. Ha, ha, ha. Und so kommt man zur Treppe. Edgy, bitch. So. Ah. Öffnen. Und ein Mega-Potion. So, und was ist das hier? Kann ich das schieben? Okay. Ist gerade runtergefallen. Ähm... Yay! Loslassen! Okay. Das muss doch jetzt hier unten gelandet sein, oder nicht? Nee. Hä? Wenn nicht hier, dann aber da drüben. Mhm. Nee, da... Das hab ich ja schon einmal berührt. Oder? Warte mal. Berühren. Ja, keine Reaktion. Ja gut, weil ich's doch schon mal berührt habe. Äh, Goofi, geh weg da. Mhm. Ah. Ah. Ach so, der ist hier runtergefallen. Okay, verstehe. Das heißt, ich müsste jetzt an die Tour rankommen, gell? Yay! Geil! Oh, was haben wir da? Es ist ein Mithril. Okay. Hm. Ah, gut. Ich glaub, ich weiß schon. Ich glaub, man muss hier auch so einen... Oh, Moment mal. Was steht da? Aladin muss helfen. Ach so, verdammt. Der ist aber noch nicht da. Äh, fail. Ah, wo ist denn Aladin überhaupt? Ah, Manu, lass mich doch einmal in die Ruhe verdammt nochmal! Ah! Ich fühl ich gewiss. Kämst du, verdammt, du Stinker! Mein Gott, sind die lästig, ey! Ihr könnt mich mal an eine Kreuzweise, ihr Pisser! Ich will einfach nicht! Gehen wir weiter. So, und diesmal geh ich auch hier hinten weiter. Pfeife auf die ganzen herzlosen Idioten hier. So, Raum der Tiefe. Kann man hier vielleicht auch was machen? Kann man hier hoch? Ja, kann man! Hier sind ein paar blöde Arachno-Dingsbums! Ihr wisst schon. Marakunen! Und ein paar Schattenlöcke. Ja, haut ihr mal ab, verdammt! Geht doch mal sterben! So. Ist jetzt mal Ruhe oder was? Ja, nein. Vorsicht. Ne, 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 ne! Ist dein Pürzelnass geworden, Donald? Das tut mir leid. So, was ist jetzt hier drin, verdammt? Eine Hütte! Okay. Äh. Ja, wie? Aber da hinten kommen wir nicht hin. Nee. Da kommen wir doch nie hin. Boah! Nein! Ich will nicht! Hä? Schatzkammer? Oh! Wow! Alter, was haben wir denn hier für Zeugs? Ist ja alles voller Gold! Alles voller Gold! Und Herzlose natürlich! Gut, hier war ich ja vorher noch nicht drin. So. Ein fettes Schwabbelmonster, du Böllerbampen-Fuzzi. Ich krieg's gleich ordentlich auf der Bobbess. Sop, Vorsicht! Bitter! Wie der Feuer kotzt! Was wohl so brennt, ne? Ist wohl zu viel gefressen, ne? Fettes Schwabbel, du! Auf damit! So, Down ist er. Hey, geht um! Stufe am Stichversor, Maximum LP haben sich erhöht. Das ist immer schön. So. Die für Donald sind jetzt gerade nicht so gut. Das heißt, ähm... Vita für Donald. So, und hier mein rotes Triotech. Okay. Aktivieren! Wow. Okay, Mithril, Erz und ganz viele Taler haben wir bekommen. So. So komme ich hier nicht hoch, ne? Ne, ne, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Aber ich will das alles haben, verdammt. Wie komme ich da jetzt hin? Wartet. So? Ne, auch nicht. Ah, Moment. So, halt. So, öffnen. So, Schutzengehalt. Ne, die Schatzkammer macht dem Namen alle Ehre. So, was haben wir hier? Äh, Mr. Leertz. So, dann will ich hier hin. Und hier hin. Und öffnen. Und der 37. Und der Welpen ist ja noch rausgekommen. Wow, jetzt haben wir schon... Ich habe schon ziemlich lange nämlich keine Welpen mehr gerettet. Hopp. Da komme ich natürlich nicht hoch. Ist eh klar, weil es so reine Pussy ist. Aber vielleicht von hier? Ne, Moment, Moment. Ich spiele diese Affenstatten mit den Kristallen. Hm. Äh, kann ich bei der was machen? Ne, auch nicht wirklich. Was? Höhle der Lichter? Ja, ist die gesamte Höhle durchsuchen. Okay. Ach so, da geht's wohin? Na, super. Mhm. Hier brennt Feuer. Okay. Hier ist doch sonst aber gar nichts. Oder muss ich... Ach so, ne, ist ja Quatsch. Das ist ja zu hier. Ich glaube, da muss ich vielleicht Feuer reinmachen. Aber bringt der Nächsten. Da komme ich nicht rauf. Warum denn nicht? Fiesmann. Ja, super. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt wieder gehen, oder was? Egal. Vielleicht muss ich eh wieder nach unten, oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Warum der Tiefe? Ja, ich bin jetzt schon einer Ebene, der da unten. Weil hier ist sonst kein weiterkommen. Ich stehe der erste gesamte Höhle durchsuchen. Na gut, dann verpissen wir uns auch eben wieder. Lecken wir doch. Und abwärts. So. Und nun... Warte mal, vielleicht nochmal hier lang. Ist hier was? Ort, der Schatten. Okay, hier ist er... Oh. Ach so. Warte mal, hier waren wir doch schon mal. Muss auffüllen. So. Wie komme ich denn nur an diese gottverdammte Truhe rein? Das geht doch auch noch immer nicht. Das geht doch gar nicht, verdammt nochmal. Moment mal, ist Aladin nicht irgendwie trotzdem da? Der ist ja trotzdem da. So, warte mal. Äh, Aladin. Statt, äh... Ja, das ist... Jedes Mal verwechsel ich das. So. So, jetzt ist Aladin da. Und jetzt müssten wir eigentlich... Eigentlich in der Lage sein, bei dieser anderen Stadt zu bitten. Das ist ja da gestanden. Bitten. Da hieß es dann, Aladin muss helfen. Das muss der auch in der Gruppe sein. Ich... Vollidiot. So. Warte mal, du an, das ist. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal hier rüber. Vorsichtig, ja. Hier komme ich! So, genau. Und hier nochmal runter. So. Äh, ba-ba-ba-ba-bam. Oder ne? Oder doch? Ne, hier hin. So, genau. Hier war das. Aber nicht hier, sondern... Hä? Moment mal. Das ist mich verarschen. Eine Reaktion. So, ne, hier hinten. Ja, hier soll sich noch einer auskennen. So, jetzt müsste das aber gehen mit Bitten. Indem wir das hier verbitten. Ah, taktisch praktisch war's. So, und wo geht's hier hinten hin? Zum Ort der Schatten wieder. Mhm, und aha. So, machen auf. Und Meteogummi erhalten. Okidoki. Da ist ja noch eine... Start. So, aber kann ich den Wasserfall nach oben schwimmen, oder was? Das ist ja geil. Gut, ich hab nix gesagt. So, Bitten. Äh, Bitten. Ah, so. Was haben wir jetzt hier drin? Das ist... Eine Prozera-Kette. Ok. Gut. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie ich weiterkomme. Oder war das vielleicht schon das, was ich gemacht habe? Keine Ahnung so genau. Äh, b-b-b-b-b-mm. Hm, 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 hm. Tja. Ich glaube, jetzt könnte ich wieder in die Schatzkammer zurück oder irgendwie so. Ist denn nicht, wo ich jetzt sonst noch hin soll? Ich meine, so easy war die Wunderhöhle jetzt, glaube ich, auch wieder nicht. So. Aber ich lasse mal Aladin im Team, was ich denn nochmal brauche. So, komm, wir haben jetzt keine Zeit für den Scheiß. Ich will verdammt nochmal weiter. Ich muss Jasmin retten. Aladin doch auch. So, jetzt sind hier wieder Herzlose, das war mir eh klar. Ja, verdammten dreckigen Säcke hier. Aua. Ja, der wirft so voll sein Säbel wie ein Hummerang. Ich glaube, dem geht es wohl nicht gut. So, kümmert euch um den da. Hör auf zu kotzen. Und dann. So. Meine Güte. Schön heftig. So, kann ich jetzt hier was machen? Erstiges... Ja. Jetzt mich eigentlich verarschen. Ich war doch schon überall. Ich will in die Höhle der Lichter, du verdammtes Dummes. Irgendwas. Und warum komme ich da nicht hoch? Beziehungsweise, warum kann ich eigentlich bei den... Bei den Stadtten kann ich übrigens gar nichts machen. Ja, hier. Erst die gesamte Höhle durchsuchen. Ja. Hallo? War ich doch schon überall? Wo soll ich denn noch hin? Verarschen kann ich mich selber. Da ist es uns nix. Das kann doch nicht sein. Autsch. Komm ey, wir springen lieber wieder runter. Leck mich doch. Dann sind wir wieder hier unten. Die Wunderhöhle ist doch wirklich so derbe verwirrend. Wo soll man wissen, wo man hin soll? So, warte, was soll ich hier hinten nochmal? Der Ort der Scheue. Wie ist das alles häss? Ort der Schatten, Ort der Scheue und... Ach so, Moment mal. Die Säule reicht bis nach oben. Ja, schön. My first wish, Genie. Show me the keyhole. Verdammt. Das war jetzt aber nicht gerade gut. Jafar hat es gerade gesehen, wo der Schlüssel... Wieso, kann ich das Ding jetzt eigentlich nochmal angreifen? Nee, ich kann es ja auch nicht mal angreifen. Okay, aber jetzt habe ich wenigstens, glaube ich, das gemacht, was ich machen sollte. Da? Was ist da? Da ist auch wieder so eine komische Statue. Aber ich finde ja überhaupt nichts, da irgendwie hinzuwollen. Vielleicht ist ja jetzt... Jetzt muss sicher die Säule weg sein. Aber wenn ich bis nach oben reicht, logisch. Also zurück. Zurück, zurück, zurück. So, jetzt sind hier wieder die Halle der Kotzer am Werk. Jetzt lasst mich doch in Ruhe, verdammt. So, ihr auch. Ich habe jetzt absolut keinen Nerv für euch. Lasst mich einfach in Ruhe. Na, was habe ich gesagt? Ah, jetzt kann ich hier speichern. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, es ist wieder Schluss. Und im nächsten Part kämpfen wir dann wohl oder übel gegen Jafar. Das wird sicher ein spannender Kampf werden. Also, ich glaube, ich werde auch Aladdin im Team lassen, weil der ist gar nicht mal so übel. Also dann. Speichern. Überschreiben. Und dann sage ich wieder mal wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 1.5 for the Remix. Ihr kennt es ja schon. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.